Hola chiquitas, ich habe hier neue Silikonformen und zwar mit einem natürlichen Rand. Ich freue mich richtig, weil dann sehen die Geoden, die wir gießen, wirklich aus wie echte Geoden. Ich benutze hier wie immer mein geliebtes Ultracast. Ihr findet unten einen Rabattcode. Und dieses mitteldickflüssige Ultracast benutze ich als Basis, damit wir Effekte von unten haben. Und hier habe ich einen blauen Kreis gemacht. Das ist Ultramarin, das ist auch eine Pigmentpaste. Und darauf gieße ich die weiße Pigmentpaste, Titanium White. Keine Angst, wenn es noch ein bisschen hässlich und krüppelig aussieht. Das Harz wird seinen Job machen und sich zusammenziehen und in ein paar Stunden wunderschön aussehen. Das ist unsere letzte Farbe, die wir drauf gießen. Das ist Pure Copper, das ist ein Pigmentpulver. Davon brauchen wir auch sehr wenig, um das Harz einzufärben, weil es so hoch pigmentiert ist. Am Ende gieße ich immer klares Kunsthals in die Mitte. Das ist auch mein Trick, um Effekte hinzubekommen. Jetzt kommt noch Blatt Gold bzw. Blatt Bronze in die Mitte. Ich zerhacke das gleich mit einem Stäbchen, aber passt auf, dass ihr nicht eure Silikonform berührt. Denn dann bekommt die Kratzer und das sehen wir auch auf der Unterseite der Untersetzer. Danach decke ich das Ganze ab und warte bis zum nächsten Tag. Ich bin richtig zufrieden mit dem Ergebnis. Ich finde es richtig schön, wie sich das entwickelt hat. Diese ganzen Strukturen und so weiter. Und später werde ich noch den Goldrand machen. Die Stifte dazu findet ihr in meinem Etsy-Shop. Und dann wird das richtig kennenlernen. Übrigens, wer neu auf meinem Kanal ist, ich bin Marmelade-Science. Ich habe auch einen großen Instagram-Account. Ihr könnt mich da gerne besuchen. Und ich habe sehr viele lehrreiche Videos auf meinem YouTube-Kanal. Also besucht mich und scrollt ganz nach unten. Da habe ich sehr viel gemacht. Zum Beispiel Grundlagenvideos oder Fehler, Schlieren, alles Mögliche. Falls ihr irgendwelche Video-Wünsche habt, könnt ihr das auch gerne sagen. Ansonsten wünsche ich euch sehr viel Spaß und bis dahin.